Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Portal. Äh, diesmal begeben wir uns zur Testkammer 09. Warum rede ich mit amerikanischem Akzent? Das weiß ich leider auch nicht. Äh, so, ähm... Das ist Testkammer 09. Was? Versuchen Sie es erst gar nicht. Ach, äh, toll, dann gehe ich wieder zurück. Na, ähm... Na, geht nicht. Schade. Okay, wir sind in Testkammer 09. Und, ja, warum soll der Test denn unmöglich sein? Hier haben wir einen Kubus, da haben wir einen Knopf. Ja, jetzt konnte ich mal zeigen, wie das aussieht, wenn ein Kubus verbrennt. Ja, so einfach ist das natürlich nicht. Ähm, da das Radio war übrigens auch nicht da. Halt die Klappe, GLaDOS. Ja, ist übrigens auch schön, dass in den Untertiteln immer was anderes steht, als gesagt wird. Ja, ähm... Die Computerstimme heißt GLaDOS, weil das Programm der KI übrigens so heißt. So. Ähm, ja. Wie lösen wir dieses Problem? Wir sind jetzt hier auf dieser Plattform. Halt mal die Fresse, okay? Das Original-Vertal bitte erläuft viermal um Verzeihung, dass diese Testumgebung einfach unlösbar ist. Ich hab's verstanden. Beziehungsweise auch nicht. Irgendwie muss sie ja lösbar sein, oder? Haha, oder auch nicht. Äh, ja. Wir sind jetzt hier auf dieser Plattform und sehen, da ist ein Fenster. Da lässt sich ein Portal durchschießen. Lame. Diese Kammer war wirklich ein Fehler. Wir empfehlen, jetzt aufzugeben. Jetzt kurz auf dem Ziel? Nö. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Was hast du denn gedacht? Okay. Wie gehen wir uns weiter? Äh. Der Aufzug musste erst hierhin gefahren werden. Auch strange. Okay. Damit haben wir auch Testkammer 09 hinter uns. Und ich sage, wie immer, und das geht mir langsam selber auf den Geist, bis zum nächsten Mal. Watch you!